Liebe Freunde und Fans der Elstar-Granaten, wir vier, wir freuen uns heuer, bei einem Highlight dabei sein zu dürfen, und zwar bei einem Österreichs größten 30 Plus Clubbing im Casino Baden im Zuge des heutigen Oktoberfestes am 27. September. Cinderella Tanzt ist diese super Veranstaltung, wie bereits erwähnt, Österreichs größtes 30 Plus Clubbing am 27. September. Wer noch nichts vorhat, wer Zeit Lust und Liebe hat, schaut's vorbei, wir würden uns freuen. Bis dahin, grüß euch! Bis dahin, grüß euch!